Ja, kaum haben wir mal sommerliche Temperaturen, schon sind die Gewitter wieder da und die kommen gleich zweimal an diesem Wochenende. Aber wo und wann die kommen, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Am Freitag geht es nämlich los, da zieht eine Schauer- und Gewitterlinie rein. Da haben wir vor allen Dingen im Norden Gewitter, aber auch im Süden. Das geht so am Nachmittag los, jetzt gehen wir mal auf 19 Uhr, da sehen wir im Norden noch diese Gewitter, ja über der norddeutschen Tiefebene, irgendwo bei Bremen Richtung Hamburg. Und die lösen sich dann nach und nach auf. Im Süden allerdings sind die Gewitter ein bisschen kräftiger, da können die auch ein bisschen in die Nacht halten. Besonders hier südlich der Donau, vielleicht auch auf der Schwäbischen Alb. Also im Süden stärkere Gewitter, da könnten sogar mal Sturmböen mit dabei sein. Ansonsten reden wir vor allem über Starkregen, also unwetterartigen Starkregen. Sehen wir hier, das sind schon mal 30 Liter pro Quadratmeter möglich. Also so ein bisschen Platzregen, wie es man aus dem Sommer kennt. Und das war eigentlich das einzige Mal, dass Gewitter kommen. Am Sonntag ist es nämlich nochmal so weit, da kommt nochmal so eine Regenfront und da sind auch Gewitter eingelagert. Die sind nicht ganz so kräftig wie am Freitag, aber trotzdem gibt es unwetterartig verstärkten Regen. Ja, und das zieht dann einmal übers Land hinweg bis zum Abend. Und wenn wir uns da das nochmal angucken, sehen wir auch, da kommt nochmal richtig Regen runter. Zusammengenommen sehen wir, dass bis zu 50 Liter Regen fallen können, also am Freitag und am Sonntag zusammengenommen. Also ja, es kann zu unwetterartigem Starkregen kommen. Es regnet nicht die ganze Zeit. Nein, es sind vor allem die Gewitter, die diese starken Regenfälle verursachen. Wie gesagt, im Süden auch mal Sturmböen. Zwischendurch wird es auch mal schön, aber insgesamt kommt eine ganze Menge Regen runter am Wochenende. Die besten Freisagen für Ihren Ort finden Sie auf www.weather.com. Wie gesagt, im Süden auch mal Sturmböen.